Grüßt euch Jungs und Mädels und wieder willkommen zurück zu Black Ops 2 Multiplayer. Level 33 bin ich mittlerweile schon und ich wurde doch mal angehalten und gefragt, kannst du nicht mal Suchen und Zerstören spielen? Kann ich machen. Kann ich machen, ist kein Problem. Ich hasse aber eigentlich diesen Spielmodus, aber weil du es bist, weil du es bist, mache ich das ausnahmsweise mal. Wirklich nur ausnahmsweise. Fragt sich nur, mit welchen Dings ich spiele. Ja gut, das bleibt so. Ach stimmt, wir haben ja Waffenprestige. Hier ja auch, genau. Exakt, das können wir denn hier noch auswählen. Das ist alles, was wir... Vordergriff Präzision, genau, das hatten wir ja. Genau, das bleibt ja so. Wunderbar. Leidida, genau, genau. Okay. Ja, das bleibt auch so. Ja, wunderbar, alles klar. Also eigentlich kann es losgehen. Ja, kacke, Stand-Off. What the fuck? Äh, scheiße, ich hasse Stand-Off. Hier, wie schaut es aus? Äh, ich habe keine Lust gegen einen Clan zu spielen. Ha! Okay, Stand-Off, Grenzstadt Kyrgyzstan, suchen und zerstören. Das ist doch dieser CS-Bomben-Modus, ne? Suchen und zerstören. Ist das dieser Bomben-Modus? Ich weiß es jetzt nicht. Ich befürchte ja. Das heißt, wenn wir tot sind, sind wir tot. Bis Ende der Runde. Also der offizielle CS-Modus. Und ich hasse diesen Modus, weil bei Call of Duty bist du halt immer so sauschnell tot. Aber du kriegst halt einen Arsch voll Erfahrungspunkte, ne? Schärfschütze, runter! Okay. Untersuchen und zerstören, ist das... Ach, ich hätte mir was anderes nehmen sollen und nicht... Äh, Laser-Markierer ist zwar ganz fein, aber im Hardcore-Modus nicht hier. Also bin ich noch nicht ganz wach. Und das Problem ist... Das Problem ist, dass da einer ist. Joa, ist klar, Bitch. Tatsache! Tatsache! Alter, was ist ein Mist? Diese Runde haben wir verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Bereit machen für die nächste. Kein Problem, machen wir. Alter, wie krass. Suchen und zerstören. Okay. Äh. Das Ziel verteidigen. Ist kein Problem, schaffen wir. Ich geh mit einem mal weiter mit dem hier. Ne, mit dem nicht. Der ist doof. Ich hab doch alle... Ich hab doch alle stumm gemacht. Geht doch. So, dann gehen wir mal hoch. Den hab ich wenigstens noch mitgenommen. Hehehe. Oh Mann. Na, was macht der jetzt? Camp der oder was? Oh, wieso hab ich diesen Modus nochmal gespielt? Oh, ist erledigt. Setz den Rauch ein. Das war eine saudumme Idee, Junge. Hahaha. Das wär natürlich geil gewesen. Hätte er das jetzt gerockt. Bereit machen für die nächste. Suchen und zerstören. Die Ziele beschützen. Zweiter Versuch. Dritter Versuch sogar. Wir führen jetzt. Ne, wir führen nicht. Wir verlieren. Haha. Scheiße, scheiße. Ficken. Hui. Bitteschön. Biatches. Jung, hau ab. Oh. Verdammte Pisse. Das ist nicht mein Modus. Das ist absolut nicht mein Modus. Das dauert mir zu lange. Ich hab das schon bei CS damals. Na, eigentlich hab ich's bei CS nicht gehasst. Aber, äh. Ja. Das war halt irgendwie ein bisschen anders. Nein, ich hab meinen Kaffee. Passt alles. Passt alles. Ey, schieß doch, du Muschi. Hast du doch gesehen? Was eine Lusche, ey. Die AK hätte ich ja auch gern. Ach, Jung. Diese Runde haben wir verloren. Aber es ist noch nicht vorbei. Wegtreten. Ja, gut. Da hatte der Leidensspiel. Ich hasse Sniper. Halbzeit. Alter, wir fielen... Wir fielen 3-0. Halbzeit. Ja, das ist halt der typische CS-Modus. Ist auch sehr clever, hier jetzt langzulaufen. Soll ich für wenigstens nochmal einen killen? Oh. Oh. Da war einer. Ich hab ihn gesehen. Ich hab die Sau gesehen. Das ist ein Abschuss. Wohab, Mann. Bombe fallen gelassen. Ja, super. Klasse. Schapitzenklasse. Oh, ich bin ja kein Zicker hier, oder was? Fick doch die Henne. Scheiße. 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 Jetzt bin ich ja letzt, oder was? Geil. Es bleibt sonst niemand. Ja, das weiß ich. Dann hau ich sie halt alle weg. Hau ich sie weg. Weg. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Ah. Komm an, Bitch. Komm ran. Mofu. Hehehe. Ha. Ha. Trau ich's mich? Ja, ich trau mich nachzuladen. Alter. Ist das ein Scheiß hier. Ich will da nicht runter. Hehehe. Die wissen genau, wo ich bin. Die wissen genau, wo ich bin. Schweine, die Blöden. Na, wo seid ihr? Ah. Die haben sich alle vercampt, oder was? Hehehe. Geil. Oh Gott, oh Gott. Alter, das geht ja gar nicht. Ja, das haben wir irgendwie verloren. Das wird die Bilanz zerstören. Das haben wir etwas verloren und ich war gar nicht mal so gut, muss ich zugeben. Das war ja richtig schlecht. Aber es ist dann hier mit dem Internet heute los. Das geht ja gar nicht. Echt. Probieren müssen wir mal bei Team Deathmatch. Das spielt ja jeder. Ja, das geht. Die anderen Modi will keiner spielen anscheinend. Oh, nee. Kontaktfreigabe wurde erteilt. So, dann probieren wir das mal. Und zwar kriegen die Leute jetzt so auf den Sack. Kriegen jetzt so auf die Fresse. Na, komm. Du willst doch. Komm, lauf mal. Du Sack. Pisser. Scheiß Camper. Kannst vergessen. Wow. Das war ganz schön tight, gerade. Wow. Ja, der will nicht. Alles klar. Dann, äh. Fuck. Muss ich hier rein, muss ich hier rein, muss ich hier rein. Wow. Lad nach, laden. Wow. Leck mich am Arsch. Das war knapp. Scheiße, Alter. Das war ganz schön tight. Ich sagte hier, letzte Zeit ist ein bisschen zu oft tight. Sie hören, ich be tight. Fuck. Ja, ja, das ist eine scheiß Camper-Map. Was? 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 Bitch. Als er mit dem Ding. Was kann die denn? Die kann ja... Ich bin leer geschossen. Viel schießen, ne? Also, hart schießen. Wir haben den Vorteil errungen. Ah ja. Da war noch... Oh, dieser Bastard. Das kann ich auch, Arschloch. Das kann ich auch. Ich glaube, da war einer. Hey, Pussy. Komm bei. Pisser. Blöder Drecksack. Okay. Da müsste eigentlich da oben gleich einer kommen. Yo. Da kommt auch gleich einer. Come on. Bitch. Er will nicht. Weil er feige ist. Wow. Wow. Fuck. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Na? Wo hängt's? Feigling. Wow. Was? Das gibt's nicht, ey. Diese scheiß Camper-Map. Ich hasse diese Camper. Mann, ey. Der Typ ist da zu doof zum Springen. Das ist auch ganz geil. Ja, ja. Da hinten ist die Foot. Pisser. Aber schön, das Ding erst mal gegen den Kopf geworfen. Das war auch geil. Ich schlade nach. Musst du aufpassen. Ah. Scheiße. So, das könnt ihr auch haben. Die Pissbacken. Einer. Okay, da hinten kommen sie bestimmt. Was? 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 Der war nicht tot? Alter. Verbündete Drohne nähert sich. So, die sind auch gleich erledigt. Weil ich mir nämlich diese Waffe hier jetzt nehme und hoffe, dass mir einer vor's Korn läuft. Na gut, so nicht. Aber so. Was? Was? Ja, ist klar, ne? Na los, na los. Oh, klasse. Ey. Du Bastard, bleib stehen. Geht doch. Genau so wollte ich das haben. So und nicht anders. So und nicht anders. So, wo ist der Rest jetzt? Pissbacken, ey. Quatsch, der ist nicht in Gefahr. Mensch. So, hoffe ich mal, dass ich jetzt nicht weggesnipert werde. Das Schöne ist, dass hier keine Sau ist. Arschloch. Camper, Sau. Na, dich hab ich noch. So, Drohne hätten wir. Und dann fahr ich das Ding mal. Versuche wenigstens ein paar mitzunehmen. Ja, komm. So funktioniert das, Drecksack. Der hat natürlich gewusst, dass ich da bin, ne? Mission gescheitert. Bereithalten für weitere Befehle. Ah, von hinten. Sehr schön. Schönes Ding. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Was haben wir denn? Drohnenunterstützung? Wunderbar. Komm, es ist 34, spiele ich noch. Aber ich muss hier nochmal kurz was testen. Eine Sekunde. Grüßt euch, Jungs und Mädels und wieder willkommen zurück. Äh, wir gehen das anders an. Ich mache wieder im Hardcore-Modus Abschluss bestätigt. Das ist doch einfacher. Da bin ich doch am einiges besser als bei dem anderen Scheiß. Oh, schaut mal sogar. Raid. Sehr schön. Nee, natürlich machen wir keine Gefangenen. Was glaubst du denn? Wo denkst du hin? Mensch. Wie viel steht's denn? 0-0? Das ist schon mal gut. Wir gewinnen diesen Kampf. Come on. Der will nicht. Ja, ja. Die muss ich gleich alle Schatt umschalten. Wir haben den Vorteil verloren. Weil die gehen mir doch ein bisschen auf den Sack gerade. Ja, will hier keiner kommen? Ist ja blöd. Na gut, dann kommt hier halt keiner. Dann gehe ich dem halt nach. Wir sind in Front. Oh, je. Drohne nähert sich. Ah ja, da ist einer. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Ach, Junge, ey. Meine Fresse. So ein Schmock. Wie kann man nur so dumm sein? So, wechsel zu Host. Das ist jetzt aber blöd. Raid. Ach, Junge. Fernlenkladung einsatzbereit. Maul. So. Okay, weiter geht's. Verbündete Drohne nähert sich. So, wenn ich ihn sehe. Wenn ich ihn sehe, ist er natürlich dran. Ist ja wohl klar, ne? Weil, äh. Oh, Entschuldigung. Das war keine Absicht. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ja, komm her. Abschuss bestätigt. Ach, Dreck. So, wo ist der Rest? Wo sind die Leute? Einmal hier. Achtung, die Ausrüstung wurde zerstört. Na, das ist nicht gut. Drohne nähert sich. Oh, oh. Was gefällt mir noch? Huch. Was ist gerade los, Renn? Was ist gerade los? Bäh. Na, komm. Wo seid ihr? Du, da hinten. Wow. Okay. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was? Ja, so kann man das auch machen. Verbündete Vorräte unterwegs. Danke. Abschuss bestätigt. Ja, damit hatte ich jetzt null Probleme. So, wo ist denn der Rest hier? Sind die dann? Wow. Feindlicher Blitzschlag steht. Das war ganz schön tight gerade. Feindliche Drohne nähert sich. Boah, natürlich. Der hat das natürlich gleich gesehen, dass ich da bin, ne? Verbündete Fernlenkladung unterwegs. Das war ja klasse. Drohne nähert sich. Okay, wir führen aber wenigstens. Okay, das war jetzt einfach nur gebratzt. Einfach nur hardcore gebratzt. Da war auch kein Können dabei. Das war einfach nur geschossen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Warum sehen die mich die ganze Zeit und ich die nicht? Das gibt's nicht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Nachladen, nachladen. Ja, wunderbar. Orbital-Satellit ist schon mal prima. Gucken wir gerade mal da oben. Da oben ist einer. Koordinaten für Blitzschlag empfangen. Stets bevor. Ja, das sind mehrere. Geht doch, ihr Pisser. Wunderbar. Ah, ich wollte die doch... Ich hab doch die Drohne ausgewählt, Mensch. Na gut. Verbündete Drohne nähert sich. Nein, nein. Die Drohne will ich auswählen. Danke. Verbündete Drohne nähert sich. Oh, aus dem Handgelenk. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Drohne steht bereit. Nein. 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 Verbündete Drohne nähert sich. Verbündete Drohne nähert sich. So, ich vercamp mich mal kurz hier. Warte, bis die Vorräte da sind. Verbündete Vietor-Einheit unterwegs. Kriegsmaschine bereit zum Einsatz. Ja, Baby. Kriegsmaschine eingesetzt. Abschuss bestätigt. Geil. Geil. Wo ist's? Ich glaub, das gewinnen wir. Bam, Alter. Abschuss bestätigt. Da war noch einer. Ja, ich wurde befördert zum Major. Perfekt. Na, come on. Wunderbar. Die sind so am Arsch. Die sind so am Arsch. Abschuss bestätigt. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Abschuss bestätigt. Perfekt. Verbündete Drohne nähert sich. So, wo sind sie? Die Schweine? Da kämpft der. Was ne Muschi. Was ne Muschi, ey. Kriegsmaschine bereit zum Einsatz. Jaja, das mag sein, dass die Kriegsmaschine zum Einsatz bereit ist. Was bin ich denn? Ich bin Zweiter. Wunderbar. Das hört sich doch schon mal gut an. 41 zu 8. Leckt mich am Arsch. Das ist der Hammer. Nee, ne? Fernlenkladung zum Einsatz bereit. So, probieren wir das mal. Gucken wir mal, ob wir hier jemanden kriegen. Verründete Fernlenkladung unterwegs. Ah, ausgeschaltet von dem. Feindliche Hunter-Killer Drohne unterwegs. Na, will nicht. Will kein Turbo nochmal haben. Achtung. Feindliche Hunter-Killer Drohne unterwegs. Kriegsmaschine in Bereitschaft. Ich will nochmal eine Fernlenkladung haben. Verbündete Fernlenkladung unterwegs. Wow, 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 wow. Hehehe. Daneben, Drecksack. Na, schon wieder ausgeschaltet von irgendeinem Pisser. Das ist ein Drecksack, ey. Kriegsmaschine bereit zum Einsatz. Ja, neben mir auch gerade. Ach, genau, das war ja hier dieses Kabumm-Ding. Drecksack. Das Ding hole ich mir jetzt noch. Gibt natürlich keins. Die Drohne nähert sich. Halt noch, bitte. Feindliche Hunter-Drohne in der Luft. Radar aufladen. Oh, Entschuldigung. Ja, das war ich. Das war zweifellos gute Arbeit. Na klar war das zweifellos gute Arbeit. Sehr schön. Bam, Alter. Hier. Hehehehehe. Yes. Yes. Wunderbar. Das hat auch wunderbar funktioniert. Schönes Ding. So funktioniert das. So funktioniert das. Ah ja, okay. Ein paar Sachen habe ich freigeschaltet. Gut, also in dem Sinne mache ich hier aber nochmal einen Schnitt. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis gleich. Macht's gut. Gut. Gut.